Ich glaube, es gibt einfach ganz verschiedene Baustellen, an denen man arbeiten kann. Ich habe mir jetzt so eine genommen, weil ich offen für Neues bin und auch offen dafür bin, was mich weiterbringt. Wenn ich ehrlich bin, reicht es langsam. Ich glaube, es kribbelt bei jedem Einzelnen, dass es endlich wieder losgeht und so ist es auch bei mir. Ja, es war auch das erste Mal für mich mit zwei Kurzurlauben, muss ich mal so sagen. Mal was Neues, tat auch mal gut, aber ich hätte, glaube ich, dann eher vielleicht ein bisschen weiter trainiert und dann eine etwas längere Pause, beziehungsweise eine Pause gehabt. Aber so war es mal was Neues, viele Läufe im Kurzurlaub gehabt, deswegen hat man da nicht so viel verloren, glaube ich. Und ich glaube, dass wir alle auf einem guten Level sind und uns freuen, dass es bald endlich losgeht. Ja, einiges. Wir haben auch in der Hinrunde nichts perfekt gemacht, sondern es gibt immer etwas, was man verbessern kann. Da sind wir auch auf einem guten Weg. Das haben wir jetzt in den letzten Tagen auch sehr viel daran gearbeitet, an ganz vielen kleinen Themen uns zu verbessern. Und ich glaube, dass das Stück für Stück auch immer wieder besser wird und jetzt gilt es, das auch in den Spielen umzusetzen. Ich glaube, leicht war es in gar keinem Spiel. Wir mussten mindestens 100 Prozent geben in jedem Spiel, um auch bestehen zu können. Aber ich glaube, dass man gesehen hat, dass wir bestehen können. Mit diesem Selbstbewusstsein wollen wir auch in die letzten Spiele gehen. Und ja, daran geht es jetzt einfach, daran zu arbeiten, an den Sachen, die wir in den ersten 15 Spielen vielleicht noch nicht so gut gemacht haben, weiter zu verbessern. Und ich glaube, dass wir da einfach auf einem sehr, sehr guten Weg jetzt sind. Wir werden auf jeden Fall geil. Ich glaube, das wird jeder dann unterzeichnen. Aber ich sage es immer wieder, ich messe mich nicht an Toren. Wenn es die Mannschaft und der Trainer auch nicht macht, ist es umso besser. Ich versuche, der Mannschaft mit Leistung zu helfen, mit Wegen, mit meinen Stärken halt einfach. Und wenn es dann zweistellig wird, dann wird es auch nicht. Ich glaube, ein ganz Großen. Ich habe jetzt nicht die Probleme, die Niklas, glaube ich, hat. Deswegen finde ich es ein sehr, sehr starkes Zeichen von ihm auch. Ich glaube, wir alle stehen total hinter ihm. Und ich finde es auch gut, dass er es öffentlich jetzt gemacht hat. Und ich glaube, es gibt einfach ganz verschiedene Baustellen, an die man arbeiten kann. Ich habe mir jetzt so eine genommen, weil ich offen für Neues bin und auch offen dafür bin, was mich weiterbringt. Und ich glaube, oder beziehungsweise ich habe es ausprobiert und bin der Meinung, dass es mir weiterhilft. Und ja, deswegen gehe ich da so an die Sache ran. Sehr froh. Ich glaube, das sind wir alle, dass er bei uns ist und bei uns bleibt, wovon ich auch ausgehe. Ich glaube, man hat es gesehen, er wurde ja auch international eingestuft, glaube ich. Und deswegen ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Freut mich, dass er mit dabei ist. Und ich glaube, die anderen auch. Wir sind sehr spezielle Typen beide und haben gewisse Stärken, die wir dann auf dem Platz mit einbinden wollen. Es hat ja relativ schnell auch geklappt, dass wir es verstanden haben, wie der eine tickt. Und ich glaube, das zeichnet uns, glaube ich, aus. Ich glaube, er weiß ganz genau, was ich brauche, wie ich es brauche. Oder ich weiß ganz genau, wie er es braucht und was er braucht. Und ich glaube, dass die Jungs drumherum das mittlerweile auch wissen, wie wir funktionieren vorne. Und deswegen glaube ich, dass das auch, ja, dass das gerade so in der Mannschaft auch gut funktioniert mit uns beiden vorne. Ich glaube, dass Niklas ganz genau weiß, dass er uns auch viel zu verdanken hat. Nicht nur mir, sondern auch der gesamten Mannschaft. Das wissen wir, das weiß er aber auch. Und ich habe es relativ früh gesagt, da ich die Chance gesehen habe, dass er mit auf den Zug einsteigen könnte, dass ich ihm helfen werde. Und ich habe mein Bestmögliches gegeben. Und wenn es am Ende dann auch nur mit einer oder zwei Forderungen gereicht hätte oder mit ein oder zwei Laufwegen, dann bin ich schon zufrieden mit mir. Er verhält sich immer noch gleich. Er läuft nicht hier mit Kopf nach oben, Nase hoch rum. Er ist immer noch der Gleiche, wie er vorher war, vor der Nominierung. Und ich glaube, dass wir alle wissen, was für ein Typ er ist. Und er macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Würdet ihr ihn auch auf den Teppich zurückholen, wenn er abheben würde? Würden wir sofort, ja. Also ganz ehrlich, nein. Das war nicht ein Gedanke von mir, den ich da verschwendet habe. Aber ich versuche einfach immer wieder, mein Bestmögliches auf den Platz zu legen. Sei es im Training, sei es auf dem Platz. Wenn es am Ende irgendwann mal dafür reichen sollte, würde ich niemals nein sagen. Aber Gedanken daran verschwinde ich nicht. – Tschüss. – Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020